Musik 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 Ja, mir gefällt es dir. Musik 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 Yoga Bibi ist ein Projekt, unter dem Jugendliche Kammermusik zu hören. Kammermusik ist ein sehr wichtiger Teil des Musikunterrichts, aber es ist sehr schwer zu organisieren im Alltag. Yoga Bibi ist sehr lustig. Das Haus ist echt groß. Das Essen ist lecker. Der Fernseher. Dieser Kurs hat ja schon eine lange Tradition. Das ist das zweite Mal. Und die Quelle, aus der man dieses Glück schöpfen kann, ist wirklich die Musik selbst. Es wird nie langweilig. Selbst wenn man zum zehnten Mal das gleiche Stück mit den gleichen Leuten probiert, die Partituren sind so vielschichtig, dass es auch noch nach Jahren immer etwas Neues zu entdecken gibt. Die Proben machen Spaß. Das ist das gleiche Stück. Ist es sehr anders, mit anderen Musikern noch zusammen zu spielen? Ja, also ich würde sagen, ich habe die Stücke ja auch alleine geübt und es macht viel mehr Spaß, wenn man die zu Kammermusik spielt. Ich finde es einfach. Ich finde es einfach anders irgendwie. Man muss einfach auf andere Sachen achten. Das ist so. Das ist so. Das ist so. Bei anderen Leuten leidst du immer noch weiter. Ja, und der Rest ist ja die Freizeit. Man kann da machen, was man will. Der Bunde Abend ist immer so eine Gelegenheit für alle. sich mal von der Seite zu zeigen, die nicht Kammer, Musik und Ensemble und so ist. NEIN! Oh, Spaß! Was ist das so schwer? Das sieht irgendwie leicht aus eigentlich. Genau! Ja! 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 Es ist sehr schön, also für uns, die Dozenten auch, zuzusehen, wie die Teilnehmer in der kurzen Zeit, die sich so entwickeln, ja, die den Abschlusskonzert ist da halt mal verpuckt. Ich wünsche nur dem Kurs eine ganz, ganz lange Lebensdauer. Und über was dafür? Weinst du, wie es ist? Was ist? Juga-Millie! Ja! 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 Ja!